Die American Express Gold Kreditkarte ist vielleicht die beliebteste unter allen Amex-Karten. Aber wie gut ist die Amex Gold wirklich? In diesem Video zeigen wir dir alles, was du wissen musst. Die besonderen Vorteile, aber auch die Nachteile. Du erfährst, wie du sie am besten nutzt, ob die Karte für dich die richtige ist und welche kostenlose Alternative eventuell besser geeignet ist. Außerdem zeigen wir dir, wie du einen Nachteil aller American Express Karten ganz einfach umgehen kannst. Bleib also unbedingt bis zum Schluss dran. Das erfährst du jetzt. Legen wir los. Die Vorteile der American Express Gold Kreditkarte Vorteil Nummer 1 Du nimmst am Membership Rewards Programm teil. Der interessanteste Vorteil bei fast allen American Express Kreditkarten ist die Teilnahme am Membership Rewards Programm. Es gehört zu den attraktivsten Treueprogrammen überhaupt und bietet bei richtiger Nutzung mehr als jedes andere Bonusprogramm. Insbesondere die Umwandlung der Membership Rewards Punkte in Meilen von 13 Vierfliegerprogrammen kann sich extrem lohnen. Upgrades in die Business- oder First Class, aber auch kostenlose Flüge oder Hotelübernachtungen sind damit möglich. Neben dem Tausch in Flugmeilen kannst du die Punkte aber auch auf folgende Arten einlösen. Umtausch in Prämien aus verschiedenen Kategorien Tausch in Gutscheine für dich oder zum Verschenken Verwendung als Zahlungsmittel in Online-Shops oder für einzelne Zahlungen in der Kreditkartenabrechnung Zahlung von Hotelübernachtungen, Mietwagen oder Flüge Umwandlung in Payback-Punkte Und anschließender Umtausch in Geld oder Spenden für einen guten Zweck Den größten Wert holst du durch den Tausch in Vielfliegermeilen aus den Membership Rewards. Für 15 Euro jährlich kannst du bei der Goldcard auch den Turbo aktivieren und sammelst so 1,5 Punkte statt 1 Punkt je Euro Umsatz. Vorteil Nummer 2 Du bekommst einen Willkommensbonus Mit der American Express Gold hast du die Wahl aus zwei verschiedenen Willkommensprämien. Standardmäßig bekommst du 72 Euro als Guthaben auf dein Kartenkonto. Du kannst aber stattdessen auch 20.000 Membership Rewards-Punkte wählen. Ob es die Aktion noch gibt und zu welchen Bedingungen die Prämien ausgezahlt werden, erfährst du unter den Links in der Beschreibung. Vorteil Nummer 3 Versicherungen inklusive Die American Express Goldkreditkarte enthält ein umfangreiches Versicherungspaket, das in der Regel für den Karteninhaber und die Zusatzkarteninhaber sowie für Lebensgefährten, Ehepartner und Kinder greift, die im gleichen Haushalt leben. Die Informationen zu den Versicherungen wurden sorgfältig recherchiert. Allerdings kann dieser Bereich in dem Video nicht vollständig abgedeckt werden. Für einen kompletten Überblick verlinken wir dir unten die Versicherungsbedingungen. Kfz-Schutzbrief Fahrzeugassistance Mit dem Kfz-Schutzbrief hast du innerhalb von Europa einen Versicherungsschutz ab 50 Kilometer Entfernung von deinem Wohnort. Bei Panne, Unfall oder einem Diebstahl deines Autos werden dir folgende Kosten erstattet. Reparatur, Abschleppen, Ersatzteilversand und Fahrzeugrückführung ohne Limit. Übernachtungskosten 75 Euro pro Nacht für maximal 3 Nächte. Reise-Komfortversicherung Wenn du die Reise mit deiner Amex Goldkreditkarte bezahlt hast, umfasst die enthaltene Reise-Komfortversicherung folgende Leistungen. Verspäteter Flug oder Annullierung 175 Euro ab 4 Stunden Verpasste Anschlussflüge 175 Euro ab 4 Stunden 325 Euro ab 6 Stunden Gepäckverspätung 325 Euro ab 6 Stunden Weitere 475 Euro ab 48 Stunden Verlängertes Umtauschrecht Für Ware, die du mit deiner Karte bezahlt hast, erhältst du ein verlängertes Umtauschrecht. Die Versicherung greift dann, wenn du gekaufte Ware innerhalb von 90 Tagen zurückgeben möchtest und der Verkäufer der Rückgabe nicht zustimmt. American Express ersetzt dann den Preis, sofern die Ware einen Mindestpreis von 30 Euro hatte. Pro Fall werden maximal 400 Euro und pro Jahr maximal 1500 Euro erstattet. Es gibt eine recht lange Liste an ausgeschlossenen Waren. Dazu zählen beispielsweise Mobiltelefone, Bücher und Eintrittskarten. 90 Tage Einkaufsschutz Ware, die du mit der Karte kaufst, sind bis zu 90 Tage gegen Raub, Einbruchsdiebstahl, Beschädigung oder Zerstörung versichert. Die maximale Entschädigung je Fall beträgt mit der Goldkarte 1100 Euro. Pro Jahr sind es maximal 4600 Euro und es gilt ein Selbstbehalt von 50 Euro. Auch hier gilt eine Liste ausgeschlossener Waren, wie z.B. Lebensmittel, Pflanzen, Tiere, Schmuck und Brillen. Auslandsreisekrankenversicherung Mit der Auslandsreisekrankenversicherung bist du auf Reisen bis zu 62 Tage geschützt. Bei Heilbehandlungskosten und Krankenhausaufenthalten z.B. in unbegrenzter Höhe, allerdings gibt es einen Selbstbehalt von 10% bei mindestens 100 und maximal 500 Euro. Aufgrund des Umfanges der Auslandsreisekrankenversicherung empfiehlt sich ein Blick in die Versicherungsbedingungen, um den vollen Leistungsumfang zu erfassen. Reiserücktrittskosten und Reiseabbruchversicherung Mit der Reiserücktrittskosten und Reiseabbruchversicherung werden dir, sofern du die Reise mit der Karte bezahlt hast, Reisekosten erstattet, wenn du deine Reise nicht antreten kannst oder sie nach Reiseantritt abbrechen musst. Sie greift dann, wenn du eine mitreisende Person oder ein nahe Verwandter vor der Reise erkrankt oder einen Unfall hat. Außerdem greift sie bei Entlassung, Gerichtsvorladung, Beschädigung oder Einbruch in deine Wohnstätte. Es gilt ein Limit von 5000 Euro pro Person und Reise sowie ein Selbstbehalt von 10% bei mindestens 100 Euro. Später im Video zeigen wir dir eine goldene Kreditkarte, die kostenlos ist und im Bereich der Reiseversicherungen einen ähnlichen Umfang bietet. Verkehrsmittelunfallversicherung Mit dieser Versicherung bist du geschützt, wenn du während der Nutzung eines öffentlichen Verkehrsmittels einen Unfall erleidest. Dafür muss das Ticket mit der Karte bezahlt worden sein. Vorteil Nummer 4 Teilnahme bei Amex Offers Mit der American Express Gold Card hast du Zugang zu den Amex Offers. Mit ihnen erhältst du Rabatte, Gutschriften oder zusätzliche Membership Rewards Punkte bei verschiedenen Partnern. Die Angebote wechseln regelmäßig. Außerdem bekommst du mit den American Express Offers Zugang zu besonderen Events und Erlebnissen, den sogenannten American Express Experiences. Mit der App kannst du außerdem Amex Offers in Restaurants oder Geschäften in deiner Nähe suchen. Wenn du ein Angebot nutzen möchtest, aktivierst du es einfach in der App. Sobald du es dann mit deiner Karte bezahlst, erfolgt die Gutschrift ganz automatisch. Vorteil Nummer 5 Mobiles Bezahlen ist möglich Zum mobilen Bezahlen kannst du Apple Pay oder Google Pay benutzen. Du kannst also mit deinem iPhone, Android Smartphone oder deiner Smartwatch ganz einfach kontaktlos bezahlen. Bei der Nutzung von Apple Pay oder Google Pay entstehen übrigens keine Kosten für dich. Vorteil Nummer 6 Kontaktlos bezahlen ist möglich Wenn du nicht Apple Pay oder Google Pay zum mobilen und kontaktlosen Bezahlen nutzen möchtest, kannst du auch die Kreditkarte für kontaktlose Zahlungen benutzen. Einfach die Karte vor das Lesegerät halten und die Zahlung wird abgebucht. Bis zu 50 Euro ohne PIN oder Unterschrift. Vorteil Nummer 7 Eine Partnerkarte ist kostenlos Mit der kostenlosen Zusatzkarte kannst du ohne eine zusätzliche Jahresgebühr zu bezahlen, die Vorteile der Goldkarte mit einem Partner teilen. Außerdem sammelt ihr so gemeinsam Membership Rewards. Die Nachteile der American Express Gold Card Es gibt bei der Goldenen American Express Kreditkarte aber natürlich nicht nur Vorteile, sondern auch Nachteile. Und die zeigen wir dir jetzt. Nachteil Nummer 1 Es fallen monatliche Gebühren an Wie bei den meisten anderen Kreditkarten, die Versicherungen enthalten, fallen auch bei der Amex Gold Card Gebühren an. Diese betragen hier 12 Euro monatlich. Berücksichtigt man die Vorteile, wie etwa die Versicherungen, ist das ein fairer Preis. Allein das Sammeln und Einlösen der Membership Rewards Punkte kann ein Vielfaches des Kartenpreises wert sein. Nachteil Nummer 2 Es fallen Abhebegebühren an Wie bei allen American Express Kreditkarten, fallen auch mit der Gold Card Abhebegebühren in Höhe von 4% bei mindestens 5 Euro an. Nutze zum Geldabheben also besser die Karte, die du zu deinem Girokonto erhalten hast. Nachteil Nummer 3 Es fallen Fremdwährungsgebühren an Für den Einsatz in Ländern außerhalb der Eurozone ist die Amex Karte nicht ideal. Hier fallen sowohl bei Kartenzahlungen als auch beim Geldabheben 1,99% Fremdwährungsgebühren an. Gleich zeigen wir dir noch eine Gold Kreditkarte ohne Jahresgebühr, mit der du weltweit ohne Fremdwährungsgebühren bezahlen kannst. Lohnt sich die American Express Gold Kreditkarte? Unsere Bewertung Die Amex Gold Karte lohnt sich, wenn du Membership Rewards Punkte sammeln möchtest und gleichzeitig auf einen weitreichenden Versicherungsschutzwert legst. Zu einem günstigen Preis bekommst du mit ihr beides. Wenn die Membership Rewards Punkte nicht so wichtig für dich sind, dann kann auch die kostenlose Gold Karte interessant sein, die wir dir jetzt vorstellen. Alternativen zur Amex Gold Karte Eine interessante Alternative zur American Express Gold Karte ist die Mastercard Gold der TF Bank. Bei ihr fällt keine Jahresgebühr an, trotzdem erhältst du im Reisebereich einen ähnlichen Versicherungsschutz wie mit der Amex Gold Karte. Auch hier müssen die Reisen mit der Karte bezahlt sein. In dem Fall zu mindestens 50%. Im Gegensatz zur American Express Karte sind Zahlungen in Fremdwährungen mit der TF Bank Gold Kreditkarte kostenlos. Es fallen keine Auslandseinsatz- oder Fremdwährungsgebühren an. Einen Link findest du ebenfalls unter dem Video. Hast du noch Fragen zur Amex Gold? Dann schreib uns einfach in den Kommentaren. Wir beantworten sie gern. Und wenn dir das Video gefallen hat, dann freuen wir uns sehr über einen Like von dir. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis bald.